Martina, wenn du das so hörst, wie geht es dir da dabei? Wo würdest du denn ansetzen wollen? Was würdest du an Positiven herausstellen wollen, was vielleicht viele unter den jungen Leuten noch gar nicht so wissen, was dieses Studium mit sich bringt? Ja, ich bin so ein bisschen bestürzt, muss ich sagen, was so in der Jugend, wie die jungen Leute die E-Technik sehen. Und das ist sehr traurig, finde ich auch, weil die E-Technik so wahnsinnig viel zu bieten hat. Und ich kenne kaum ein anderes Studium, mit dem man so extrem vielseitig und flexibel nachher seinen Berufsalltag gestalten kann. Ich selber habe auch mehrmals die Richtung gewechselt in den letzten 20 Jahren, die ich im Berufsleben bin. Und das ist einfach in der Elektrotechnik total einfach zu machen. Man kann sich einfach umorientieren. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, was die jungen Menschen wissen müssen, dass es eben kein verstaubtes Studium ist, sondern dass natürlich die Inhalte ja immer wieder aktualisiert werden, völlig klar. Ingenieurinnen sind Menschen, die auch sehr kreativ sind. Also ich selber bin auch sehr kreativ. Also mir fallen ständig Möglichkeiten ein, wie man irgendwelche Probleme lösen kann. Und ich glaube, die E-Technik ist eine Möglichkeit, wirklich die Probleme unserer Zeit ganz, ganz zielgerichtet anzugehen. Es gibt natürlich auch andere Studiengänge, aber gerade die E-Technik hat einfach durch diese Vielseitigkeit, bietet die jedem was. Also für jedes Ziel, was man haben könnte, kann man das mit der E-Technik eigentlich erreichen. Kerstin, würdest du das, also stimmt das, was Martina sagt, findest du das in deinem Berufsalltag wieder? Könntest du so einen typischen Tag mal schildern bei dir? Also die Möglichkeiten sind schon sehr riesig, deswegen, weil die Möglichkeiten so groß sind und die Aufgabenfelder auch so groß, kann man den Arbeitsalltag bzw. meinen Arbeitsalltag nicht einfach so plakativ darstellen. Ich bin Ingenieurin in der Sekundärtechnik. Das ist quasi die Technologie, die wir benötigen, damit wir kontinuierlich Strom haben. Sprich, es gibt zum einen die Primärtechnik, das ist die, die mit der Strom wirklich übertragen wird, von einer Spannungsebene zu einer anderen oder über eine Leitung, ganz plakativ gesagt. Das funktioniert ja auch alles ganz gut. Sekundärtechnik ist ein Underdog, ist nicht der bunte Hund. Was meine Kolleginnen und Kollegen und ich machen, ist quasi dafür zu sorgen, dass der Strom auch bleibt. Also die Geräte, mit denen wir arbeiten, gerade im Bereich Netzschutz, sind die Geräte, die den Fehler finden und reagieren. Genau. Und das ist ein vielfältiges Feld mit vielen verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Technologien und verschiedenen Problemstellungen. Und gerade wenn man jetzt fragt, okay, was hat, warum sitze ich jetzt hier, wenn ich dafür sorge, dass der Strom da bleibt, ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar habe ich meine Stimmung ja auch begonnen mit dem Punkt, okay, ich möchte was für die Energiewende beitragen. Ich möchte mitwirken und habe meine Rolle darin gefunden, dass ich jetzt Ingenieurin im Bereich Netzschutz bei der Netze BW bin und dann dafür sorge, dass wir da halt auch aktiv diese Energiewende beziehungsweise Klimawende mitgestalten können, indem wir halt mehr erneuerbare Energien einbinden können und konventionelle Kraftwerke, die immer kontinuierlich eingespeist haben, mit volatilen Erzeugern ersetzen können. Sprich, dass uns nicht einfach der Strom wegbricht, weil auf einmal was Unvorhergesehenes gekommen ist. Und noch eine Nachfrage. Hat sich denn das, was du dir ursprünglich erhofft hattest durch das Studium, hat sich das auch bewahrheitet oder ist es jetzt doch am Ende ganz anders gekommen? Also die ursprüngliche Intuition, einen positiven Beitrag zu machen, bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn ich später aus dem Arbeitsleben austrete, ich zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich habe was Cooles gemacht, ich habe viel bewegt und konnte mich einbringen. Und ich denke, das ist was Erfüllendes, das erfüllt mich und ich mache meinen Job gerne. Ich denke gerade auch, Netzbetreiber haben es ein bisschen schwer, weil es jetzt nicht so das aufregendste Image ist. Vielleicht ist es jetzt nicht so, wie ich entwickle den neuen Tesla mit. Aber ich würde sagen, was dieser Bereich macht oder was Netzbetreiber machen, ist quasi mit auf jeden Fall am offenen Herz arbeiten. Das muss man sich bewusst sein. Keiner kann das Stromnetz auf einmal aufschalten. Wenn wir das tun würden, dann würden die Leute Sturm laufen. Also das geht nicht einfach so. Und zumal ist das ja auch aus meiner Sicht einfach ein fundamentaler Baustein für die Energiewende. Da muss viel getan werden und deswegen würde ich sagen, muss man das einfach nochmal zeigen, was wir da Cooles machen. eine gute Zeit, was wir da leaks. Und die Leute, dass ihr euch darauf an mögen, was wir da sein. Und diese Leute mit dir. Vielen Dank.